Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und wir sind direkt schon tatsächlich in der Runde drin. Ich dachte nebenbei im Hintergrund ein bisschen suchen. Das sollte einigermaßen gut gehen. Aber wir waren dann wieder ganz schnell in der Runde drin. Herzlich willkommen für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Mittlerweile gibt es seit dieser Season eine neue Umstellung. Und zwar kann man auch Maps bannen. Ich bin mal gespannt, welche Map es wird. Auf Konsulat hätte ich absolut gar keinen Bock. Weil wir gerade auf Konsulat gespielt haben. Beziehungsweise, weil wir Konsulat schon im ersten Video hatten. Und deswegen hoffe ich, Dass es Villa ist. Also ich muss sagen, das letzte Game war jetzt nicht ganz nice. Da habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich gehe wirklich einfach nur auf dieses typische Russian und Dragon Potential. Oder vielleicht gehe ich einfach nur wirklich mit dem Team. I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lasse mich überraschen. I'm just trash. I'm just trash. I'm just trash. Oder er hat meine Smokes nicht geschmissen. Scheiß Bug. Er hat dir das erste Mal nicht geschmissen. Oh. Mirai, 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 mirai. Not late. Ah. Stop. Steppel. Stop. I'm stuck. Steppel. Stop. Ah, da war ich vielleicht echt ein bisschen zu spät. Naja, ist also ein perfektes Timing, ich schlage auf, er kommt genau in der Sekunde dann im Prefelt. Er hat mich nicht mehr gesehen, er hat einfach geschossen und ich laufe ihn in die Flinte rein. Habibi, es ist einfach nicht mein... Oh, sheesh, nice, good job, wir haben gewinnt, wir sehen. Ich schlage die Skupp, ich schlage die Läufe, ich schlage die Läufe. Ja, 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 ich kann nicht mehr. Ich höre niemanden, ich höre einfach niemanden, niemanden, niemanden. Die Kev hat echt Ahnung, die Kev, no man trap, no man trap, no man trap, no man trap. Oh man, gut gebetet. Perfekt, die Elabay wird mich holen, ich sag's euch, die Elabay wird mich holen. Ah, ist ja ausgemotrig. Oh man, das ist ja ausgemotrig. Oh man, das ist ja ausgemotrig. Oh man, das ist ja ausgemotrig. Boah, ich hab nichts gehört, man. Das war so, mehr Glück als Verstand. Oh Kirio was roaming in Astro. Tide could be clear. Top red, sirs, red sirs. He's close to top red, you know what I'm being, top red. Well played, guys, things for the game, things for the carry. Ich hab so schlecht gespielt. Ich hätte bei der Elabay mehr Glück als Verstand. Aber trotzdem noch Ditter geworden. Ist in Ordnung. Wenigstens ein positiver KD. Nehmen wir mit. Würde sagen, an der Stelle benden wir dann das Ganze hier. Meine Friends, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch die Folge gefallen hat. In diesem Sinne, macht's gut. Steigt fresh. Wir sehen uns bis dann. Bye, bye.